...Gesetz sehr schnell in die Lage kommen, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, dass die Landesparlamente das einsetzen müssen. Wir sind ja schon in Hotspots und wir sind in vielen Regionen kurz vorm Hotspot. Somit würde ich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, die Landesregierungen und die Landesparlamente auch auffordern, sich nicht mit der Kritik am Gesetz aufzuhalten, das Gesetz funktioniert, sondern die Nutzung des Gesetzes einfach vorzubereiten. Aber, meine Lieben, ein schnelles Video aus einem Hotel in Deutschland. Es gibt einen weiteren Skandal um Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, wie ich finde, sogar einer seiner größten Skandale bislang. Und es gab hier schon einige Skandale, wie wir wissen. Und zwar schürt er draußen in der Öffentlichkeit, in der Bundespressekonferenz weiterhin, meines Erachtens, völlig unberechtigt Angst. Aber intern gibt er eine Warnung. Das hat nun die BILD aufgedeckt. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkorea. Vor ihr loslegen, bitte vergesst nicht, ganz, ganz wichtig, uns zu folgen auf Telegram und auf Getteradressen. Das findet ihr hier drunter in der Infobox. Das war gestern am Freitag, als er weiter Panik versuchte zu schüren. Die Lage sei kritisch schlechter als die Stimmung im Land. Und jeden Tag würden 200 bis 250 Menschen sterben. Und er rechnet in sehr vielen Bundesländern mit Virus-Hotspots. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, wie ihr wisst, am 20. März werden einige Corona-Maßnahmen auslaufen. Das sind längst nicht alle. Und dann können die für diese Hotspots schärfere Regeln verhängen lassen von den Landesparlamenten, die dann auch gleich für das ganze Bundesland gelten. Das Sonderbare ist nur, dass Lauterbach intern viel weniger besorgt klingt. Bild hat einen Brief geleakt, den der Minister in der letzten Woche an die Kassenärztliche Vereinigung. Darin kündigt Lauterbach die Streichung der Corona-Sonderregeln an, weil unter Berücksichtigung der stabilen Situation auf den Intensivstationen aktuell eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten sei. Extrakosten für Schutzausrüstung, Lagerhaltung, bla bla bla, sollen auch alle wegfallen aus den gleichen Gründen. Lauterbach schreibt weiter, Auch sind die saisonalen Effekte mit zu berücksichtigen, die sich wahrscheinlich günstig auf Neuinfektionen auswirken werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Omikron-Variante deutlich mildere Verläufe verursacht. Ja, mein Lieben, das ist das komplette Gegenteil von dem, was er der Bevölkerung erzählt. Er hat sogar, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, Er hat sogar gesagt, dass man auch trotz Impfung an der Omikron-Variante schwer erkranken kann und so weiter und so fort. Also inzwischen ist dieses ganze Impfgedöns ja komplett gefallen. Kino Sorge, das ist der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sagt, die Lage kritisch zu nennen, aber die Unterstützung für Arztpraxen auslaufen zu lassen, das passt nicht zusammen. Entweder übertreibt der Minister mit seinen Prognosen oder er lässt die Ärzte im Regen stehen. Beides wäre fatal. Ja, letzterer Punkt ist ja, Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Der Lauterbach würde einen Teufel tun und die Lage auch noch beschönigen, wenn sie denn tatsächlich kritisch wäre. Er selber redet sich wieder damit raus, dass der Brief schon im letzten Monat, vor einem Monat, formuliert worden wäre. Und da wären die Zahlen halt gesunken, nun würden sie wieder steigen. Ja, was für ein Quatsch, als ob er so einen schrieb, der schon einen Monat alt ist, dann in der letzten Woche rauschickt. Und ich habe noch was gesehen. So etwas kaufe ich mir natürlich nicht, aber der Frankfurter Allgemeinen scheint es so schlecht zu gehen von den Verkaufszahlen her, dass sie ihre Zeitung, ihr Motel verschenken. So, da las ich etwas von einem Holecek. Lauterbach hat kapituliert. Das klang für mich ja erstmal gut, aber nein, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also, Klaus Holecek, das ist der bayerische Gesundheitsminister, der versucht, Lauterbach nun auch noch zu überholen. Er kritisiert, dass die Maßnahmen nun auslaufen sollen und er nannte den Gesetzentwurf unverantwortlich. Er sei handwerklich schlecht umgesetzt und bietet den Ländern keinen Rahmen. Es ist eine Kapitulation von Herrn Lauterbach vor der FDP. Sollte das Gesetz so kommen, manövrieren wir in einer sehr kritischen Phase der Pandemie in eine politische Handlungsunfähigkeit. Ja, meine Lieben, es gibt Leute, die sind noch verrückter als Lauterbach. Sogar bei der CDU, CSU. Also, da werden wir wieder. Die Altparteien können wir in Gänze vergessen. Haut rein, macht weiter und bis später. Sogar bei der CDU, CSU, 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 CSU Vielen Dank.